Ja, verstehe. Ja, Pax. Obenab siehst du den ersten Starthang. Wenn du zu spät bist, kommst du nachher in die Querschlägerin vom ersten Lauf. Du sollst wirklich präzise fahren. Und nachher unten in der Unterfläche, wo die Triple-Tour gesetzt ist. Du musst in die Triple-Tour fahren. Wir müssen in die Triple-Tour fahren. Sonst musst du bremsen. Wir müssen in die Triple-Tour fahren. Wir müssen in die Triple-Tour fahren. Wir müssen in die Triple-Tour fahren. So, bevor du nachher zum Zielhang kommst. Ich stehe ja hier auf der Ecke. Wir können ja nachher nochmal die Kompressionen auf die Erfindung.